Die zu veräußernde Einzimmerwohnung befindet sich in Bad Monte. Die Wohnung wurde 1970 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung wurde 1970 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnfläche der Wohnung liegt bei ca. 30 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 73.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Wenn Sie einen Film schicken, dann können Sie die Wohnung und die Wohnung werden. Ich habe eine gewisse Art und Weise. Ich habe eine Art und Weise.